Hallo Gerti. Hallo Gert. Wir sind wieder da mit einem schönen Tanz. Sweet, sweet smile. Und er wird es wie immer souverän erklären. Dankeschön. Wir machen es tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal die Schritte erklären in aller Ruhe. Wenn ihr wollt, holt euch einen Partner, dann ist es einfach, aber ihr schafft das auch so. Wir machen Schritt für Schritt erstmal alles in aller Ruhe. Und zwar 1, 2 Wechselschritt. 1, 2, 3 und 4 zählen wir. Wir zeigen das mal ganz langsam. Wir fangen mit den Außenfüßen an. Gerti mit rechts, ich mit links. Mal ganz langsam zeigen. Und 1, 2 Wechselschritt zurück. 2 Wechselschritt hin. 2 Wechselschritt. Das ist uns ein bisschen zu langsam. Wir machen jetzt in Originalgeschwindigkeit. Und 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. 1, 2. So bleiben wir mal stehen. Die Dame führen wir unterm rechten Arm durch mit 1, 2, 3 und 4. Und zwar die Dame dreht ganz herum und der Herr die Hälfte. 1, 2, 3 und 4. So. Und jetzt machen wir ein Do, Sa, Do. Das zeigen wir mal. Aber wir werden das in diesem Rhythmus machen. Und dann auch nur zur Hälfte und umdrehen. Wieder zur Hälfte und umdrehen. Aber wir zeigen erst mal, was ein Do, Sa, Do überhaupt ist. Einmal Rücken an Rücken gehen. Und wieder zurück. Do, Si, Do, habe ich auch schon mal gehört. Und wir machen das aber jetzt. Einmal zur Hälfte und umdrehen. Zur Hälfte und umdrehen. Mit den Außenfüßen. 1, 2 Wechselschritt. 1, 2 Wechselschritt. Bleibt mal stehen. Wir drehen zueinander. Und zwar spiegelgleich. Und 1, 2 Wechselschritt. Jetzt gehen wir weiter. 1, 2 Wechselschritt. Zueinander Wechselschritt. Wir nehmen mal die rechte Hand der Dame. Das habt ihr ja schon ganz gut hingekriegt. Führen die Damen eine Kickbuschfassung. So nennt sich das Ding. Und mit 1, 2 Wechselschritt. Das zeigen wir mal. 1, 2 Wechselschritt. Und jetzt drehen wir uns gemeinsam. 1, 2 Wechselschritt. Sollen wir es mal bis dahin zusammen machen? Ja, los geht's los. Und 1, 2 Wechselschritt. 1, 2 Wechselschritt. 1, 2 Wechselschritt. Die Dame dreht. Wechselschritt. Und Dosa-Druck. Wechselschritt. Zusammen drehen. Und weiter. 1, 2 Wechselschritt. Und zueinander Wechselschritt. 1, 2 Wechselschritt. Da stehen wir in der Kickbuschfassung und zusammen herumrennen. 1, 2 Wechselschritt. So, und jetzt machen wir einen Rhythmuswechsel, indem wir ein Doppelhitsch machen. Den zeigen wir erst ganz langsam und dann auch flott. einmal mit den Außenfüßen. Vor, ran, rück und rück, ran, vor. Und das machen wir zweimal. Nochmal langsam. 1, 2, rück und rück, ran, vor. Mal in richtig Geschwindigkeit. Außenfuß, vor, ran, rück, rück, ran, vor. Vor, ran, rück und rück, ran, vor. Und jetzt wieder nochmal einen Verwechselschritt. drehen wir die Dame einfach aus, 1, 2, Wechselschritt und einmal nach vorne mit 1, 2, Wechselschritt, 1, 2, Wechselschritt. Und an dem rechten Arm, das ist ja durch California Tour, 1, 2, Wechselschritt und jetzt die Dame alleine als Solo, 1, 2, Wechselschritt. Jetzt stehen wir in Gegenrichtung und tanzen das Ganze einfach wieder zurück. Wir machen das einfach in einem Durch mit den Außenfüßen, 1, 2, Wechselschritt, Rück, Rück, Wechselschritt, nach vorne, vorne, Wechselschritt, die Dame dreht, Do, Sa, Do. 1, 2, Wechselschritt, zueinander, Wechselschritt, Do, Sa, Do, Wechselschritt und zueinander, Wechselschritt. In die Kick-Busch-Fassung, 1, 2, Wechselschritt, wir drehen zusammen, Wechselschritt. So, und jetzt kommt dieser Doppel-Hitch und vor, ran, rück, rück, ran, vor, vor, ran, rück und rück, ran, vor. So, Dame dreht aus, Wechselschritt und vorne und jetzt California Tour und Damen Solo, Wechselschritt. Noch einmal hin? Machen wir. Direkt, machen wir direkt nochmal durch, dann kriegen wir nachher den Schluss auch noch richtig hin. Und, 1, 2, Wechselschritt, 1, 2, Wechselschritt und 1, 2, Wechselschritt, die Dame dreht, Wechsel, Do, 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 und zueinander, und Do, Do, und zueinander. In die Kick-Busch-Fassung, 1, 2, Wechselschritt und drehen, und Doppel-Hitch, vor, ran, rück, und vor, ran, rück, Dame dreht aus, 2, Wechselschritt und 1, 2, Cliff von der Tür, und Dame dreht, Solo. So, jetzt haben wir noch ein kleines Stückchen und das tanzen wir auch und am Do, Sa, Do, am Ende werdet ihr sehen, stehen wir uns gegenüber und dann ist auch die Musik vorbei. Machen wir es nochmal aus den Füßen, 1, 2, Wechselschritt, 2, Wechselschritt und 1, 2, Wechselschritt, die Dame dreht, Wechselschritt. Wechselschritt, Do, Sa, Do, Wechselschritt und drehen, dreht, Wechselschritt und 1, 2, Wechselschritt, die Dame dreht mit mit mir und Schluss ist das Lied. Toll, alles klar, danke schön, viel Spaß beim Üben.